Hoffentlich haben wir nicht so ein Disaster wie die Runde davor mit den Tars. Okay, das ging hier glaube ich ganz gut, ne? Mega? Muss ich hier? Habe ich hier ne? Ne, ne hab ich nicht. Zero? Maxi! Hallo, du bist nicht hier gemutet. Wait what? Äh, warte nochmal. Ah ja. Sag ich grad, ich bin tot. Äh, ich hab, also wer hat jetzt wen? Hab ich reportet? Ne, ne? Ne, Chris. Okay. Chris, wo hast du reportet? Chris? Christian! Sorry, 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 alles cool. Äh, unten in Storage. Okay, ich hab nämlich die zweite Leiche, die liegt in, äh, Security, hinten in der Ecke. Dann würde ich mal Dalu und Mike ausschließen, weil die waren eigentlich die ganze Zeit da oben bei Cafeteria, Cafeteria und Weapons. Ne, wir wussten Dalu gerade hin, genau wie? Dalu kam mir grad aus Weapons entgegen, oder? Wenn ich das richtig in der Runde kam? Ja, der war da halt recht. Beim Oxygen waren wir, da waren glaube ich vier Leute. Genau, deswegen. Er kam mir grad aus Weapons in der Cafeteria in der Gegend. Sven hab ich aber erst am Ende der Runde da oben gesehen. Ich bin eine ziemlich große Runde gelaufen. Ich hab, also in Admin sind zu Beginn, glaub ich, Sven und ich glaub Maxi gewesen. Dann ist, glaub ich, Dizzy Electrical gegangen. Ja, ja. Ich hab mir die Kameras angeguckt, bin dann mich scannen gegangen. Dann hab ich, boah fuck, hab ich Dalu noch oben gesehen, glaub ich. Naja, wie viele Vans hast du denn benutzt? Also, das Ding ist, von Security zu Medbay ist jetzt nicht weit. Ähm, und ich kann mich jetzt, ich hab dich jetzt, ich hab mich nicht wirklich viel umgedreht, aber ich hab dich jetzt nicht gesehen bei Medbay, als ich da hochgegangen war. Ich war, das war, das ist schon Ewigkeiten her, okay. Pass auf. Ich war hier. Aber ich hab dich da gar nicht gesehen. Welche beiden waren für Electrical, die ich da gesehen habe? Redest du mit mir, Dizzy? Ah, nee. Das hab Dizzy gesehen haben, Sven. Ach, du warst das, okay. Weil ich bin dran vorbeigegangen, um da die Engine dann... Ja, ich bin rein. Dizzy war drin. Ich muss grad skippen hier. Genau. Also, ich würde, also... Hm. Ja, Dizzy. Wen verdächtigst du nur, damit ich's nochmal weiß? Ja, Jay. Okay. Aber jetzt nur, also das ist, ist das einzige Indiz. Also, nichts festes. Weil jetzt du ja auch im Security warst. Oh, nee. Nicht schon wieder. Oh, nee. Oh, ich hab da schon wieder diese blöde Karte. Ich kotze. Oh, was ist das hier? Wie zum Teufel. Was ist das für scheiße, ey? Nein! Du kannst es kaputt. Nein! Was ist das für scheiße? Oh, guck mal, der ist doch fast drinnen. Yes! Egal! Oh! What the fuck? Ich bin so am Arsch mit dem scheiß Tartier. Ui! Alter, schon! Also, ich bin... ...Electrical gewesen. Da sind mir, glaube ich... Da bin ich dir gerade entgegengekommen, ja. Max dir entgegengekommen von Lower Engine. Und in Lower Engine lag... In Lower Engine lag ein toter... Wen habe ich reportet? Mike. Mike. Ähm... Bei dem Nachfüllding, da wo man... Oder wo man da dieses Ding dann zieht... Ja, da habe ich nicht reingeguckt, als ich von... ...untergegangen bin. Okay. Also, was darf ich sagen? Ja, in die Ehe. Guckst du halt nicht, wenn du vorbeiläust. Äh... Dalu, wo bist du nach Reaktor gegangen? Nach Reaktor? Dalu ist, äh, Storage gegangen. Weil ich habe Ray noch gesehen, wie er Simon Seth gemacht hat. Das ist richtig. Und einmal verkackt habe dabei. Also, Dalu ist... Also, Dalu hat auf jeden Fall... Also, was heißt, Dalu ist aus Electrical gekommen, ist Richtung Storage weitergegangen. Ja, okay. Also, das muss dann quasi da dazwischen. Fuck, wer war denn da noch alles? Ich weiß nur, dass Maxi mit dir gekommen ist. Ja, ja, aber... Ich war noch in Electrical. Da steht auch noch... Da liegt die da... Da liegt die da... Sven. Der steht auch noch mit mir in Electrical, glaube ich. Ja, ja, Maxi, glaube ich. Ja, ja. Die waren... Wenn du hellblau bist, dann ja. Deswegen, ich... Ich denke tatsächlich vielleicht eher sogar Dalu, weil Dalu am Anfang halt Richtung... Da in die Richtung gegangen ist. Vielleicht liegt die da schon ewig lange die Leiche. Aber Dalu kam aus Electrical raus. Ja, vielleicht liegt die da schon sehr, sehr... Vielleicht liegt die da schon sehr, sehr lange. Aber dann hätte ich doch... Aber okay, nehmen wir an, ich hab den Kill gemacht. Ja, okay. Dann mach ich Electrical, also ich mach Strom aus. Dann würde ich es nicht fixen, dann würde ich nach oben wieder weggehen. Warte, Chris, bist du nicht am Anfang der Runde auch in die Richtung? Ja, vor allem Dalu hätte mich ja hundertmal killen können in der Zeit auch. Richtung Lower Engine an Electrical vorbei. Da ist sowas schon länger her. Weil am Anfang der Runde ist Mike da auch hin. Genau, das ist... Das liegt ja da schon ewig. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass da keiner hinguckt. Das kann mir doch keiner erzählen. Also, ich war auch noch nicht in der Ecke. Wenn du von oben kommst, guckst du dich runter. Ja, aber wenn man daran vorbei läuft. Ja, wenn du auch von oben kommst, dann guckst du... Es gibt einen... Man kann überall aus dem Raum wochen, Leute. Ich hab dich nicht gemerkt. Ja, gar nicht wahr. Hab dich nicht gemerkt. Ich war doch sogar... Ich war die ganze Zeit commuted. Läuft, Deals, läuft bei dir. Großartig. Äh, yo. Hallo. Hallo. Ah, hier. Oh. Hey, hey. Hey. Oh, Mann. Mann. Okay, we got it. Oh. 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 Doch. Moment. Da war's. Okay. Okay. Hey, möchte ich hier doch wieder laufen? Äh, 9, 3, 6, 1, 0, 9. Yes. Ja. Warte. Ich wollte einfach nur mal reinhängen. Einfach auch mal irgendwas reinhängen. Äh, in CR Sample. Oh, das ist doch. Oh, Mad Baby. Oh. 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 What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hellblau hat weiß. Hellblau? 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 Hellblau ist Kuss. Da hat irgendwer irgendwie mitten drin gekillt. Aber ich war das nicht. Das blöde an dem Spiel, das blöde an dem Spiel ist, dass delay wenn einer stirbt. Ja. Die Leiche liegt da schon, aber der Körper kann noch weiterlaufen und dann ploppt der Körper weg. Aber, für mich war das nicht hellblau, das wäre zu offensichtlich gewesen. Der hat ja alles gesehen. Das muss, das muss jemand anderen versuchen, ihn grad in die Schuhe zu schieben eher. Äh, mal ganz ehrlich, ich tue da leid, aber ich hab hier gar keinen gekillt. Also ich stand im Kameraraum als erstes, da kamen drei Leute aus Reaktorraum. Richtig, da kam ich danach dann rein. Und ich hab dich angeguckt. Genau. Und ich hab auch die Camps geguckt. Und dann drehe ich mich um, da liegt da ne Leiche. Genau. Weil ich den Kill auf den Camps gesehen hab. Weiß ist die Spawn, Kreis kommt, Blau rennt rüber. Aber standen halt fast alle da? Ich war nicht da. Richtig, da waren ja alle, das war ein fucking Crowdkill. Aber du warst jetzt nicht da, du, das kann ich sagen. Selbst ich könnte es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich hab da keinen gekillt. Also ich kann wieder mal 100% falsch liegen, wie in der Runde davor. Also ja auch. Okay, dann nicht. Gut, danke Chris. Ey, Blau hat weiß. Oder. Nein. Ich hab keinen Kill. Könnte dann auch Maxi gewesen sein? Ja. Ich mein, ja. Von der Seite, ja. Ich bin gerade so. Genau das kann das Problem sein. Der kann links und rechts um die Wand umstehen und killen. Aber Blau ist drüber gerannt. Als ob, also ich kann, also ich weiß es nicht, aber ist das eine normale Sache, dass Christian mal eben einen Crowdkill macht, weil er halt weiß, dass man das nicht sieht? Na klar. Du spielst das Spiel das erste Mal. Deswegen, deswegen. Ich glaub eher, dass das dann wirklich Maxi ist. Ich glaub eher, dass das dann wirklich Maxi ist. Ich glaub eher, dass Dalu oder Jey dann. Wenn Jey so anmeldet haben, dann Dalu auch schon. Ja, aber ich könnt euch das, ich doch auch bei Chris vorhin in der Zeit. Und Maxi, du bist gerade vorher an der Leiche vorbeigelaufen. Der hat mich so oft wegsnacken können. Wir sind auch nur noch 6 Leute. Ich hab dich auch gesehen. Also Maxi von der Seite und dann hat das halt Chris extrem zugeschoben. Ich find Dalu dann aber auch. Du hast mir das zugeschoben. Wollen wir sagen, Dalu hat das zugeschoben. Ohne Scheiß. Ja. Ich hab's auf den Cash gesehen, aber wer, also es ist halt weg. Ihr habt die Votes vergessen. Der Chris war's wahrscheinlich nicht. Fuck. So, dann machen wir nochmal schnell die letzte Task. 2 Minuten. Äh, 65 Sekunden. Sieht noch gut aus. Ja, Maxi? Aber ich, ich trau dem, Dalu, warum hast du denn so erst auf Chris geshootet und dann hast du auf einmal rumgewechselt? Nehmen wir an, ich hab Chris einfach so weggesnackt, indem ich gesagt hab, er war's. Warum hätt ich jetzt keinen gekillt? Dann hätten wir gewonnen. Ihr wart euch aber auch alle uneinig und der einzige, der direkt mitgeshootet hat, war Jay. Ja, genau deswegen. Die beiden haben sofort alles, haben sich 100% einig. Aber wer sagt dann, dass er zwei Imposter hat? Die sind dann irgendwie mehr einig. Die siehst du auch noch mal schnell. Also ich hab bei der Maxi gewotet gerade. Und nicht Christian. Möchte ich mal an der Stelle sagen. Weil ich halt nicht glaube, dass das Christian war. Das hab ich ja auch gerade Valide gesagt. Deswegen. Und Dalu ist schon vorbei gewesen. Ich bin halt auch vorbei gegangen. Ja, aber warum sollte ich denn Chris sogar noch aus dem Feuer nehmen? Und mich selber als einziges auch verdammeln? Und weil ihr beide warst? Was war's denn ich? Weil du den Kill wirklich gemacht hast? Chris? Einfach nur blöd daneben standen? Alles klar. Nee, Dalu. Nee, nee. Also ich würde erstmal skippen. Ich würde Dalu oben. Weil es sind noch zwei Imposter da. Ich? Okay, nee. Warum wäre denn dann kein Kill gefallen? Dann hätte ich ihn gekillt. Dann hätten wir gewonnen. Dave. Weil gerade zu viel in der Gegend war. Ja, ist ja egal. Wenn zwei Imposter da sind Kill ich denen vor allen Augen. Dann ist es vorbei. Ja, das stimmt. Also zwei Imposter könnte es gar nicht sein. Dann hat Chris wirklich so... Ich meinte, wann war es vielleicht wirklich durch? Ich war Chris das mit Mike wirklich. Ja, vielleicht wollte ich sagen. Vielleicht war es ja wirklich dann. Aber das wirkte so weird. Und wie es Jay auch schon argumentiert hat. Das Einzige, was halt sein kann, sind die Style-Punkte. Es sind wirklich noch zwei Imposter. Und man will, dass einer rausfliegt, um zu gewinnen. Also der Style-Win. Die Crewmates sind die Tasks nur über diese Pfeile in der Spielwelt. Sag du. Also ganz ehrlich. Weil Dalu sorgt bei mir für viel zu viel Verwirrung. Ich schmeiß Dalu raus jetzt. Dann bin ich raus. Alles klar. Ich sehe schon. Sven, sagst du mir, wen du gewottet hast? Ich habe ges... Na? Nee, geskippt. Ja, du hast schon gesagt, dass du geskippt hast. Ich skippe auch. Und wenn ich rausfliege, hat Jay mich gewottet. Ich habe dich nicht gewottet. Ich habe geskippt. Hä? Hä? Loll. Du bist ja. Haha. 7 Langstens Spener-Win一定 hat Korang Prosper-Win. 1 Zeit później. Das paar Jahre dieser Phase dazu. Seit 0 sind, 0 auf 13 Meta. 1, rast die Maul. 1, rast die Maul. 1, rast die Maul. Das ist natürlich jetzt sie. Sven kam mir gerade noch, ich bin stehen geblieben unten im Reaktor. Du hast dich genau gerade umgedreht, als plötzlich eine Leiche vor mir entstand. Ja, aber ich stand noch hinten im Reaktor. Nein. Doch. Ich bin gerne, orange war direkt entgegengekommen. Na, warst du das, Sven? Erstmal, nee, war es selber, Sven, oder? Moment. Wer ist jetzt gerade Opa-Engine gewesen? Bin ich jetzt Farbenblind? Du alleine. Nein, 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 nein. Sven war hinten bei mir und hat mich angeguckt. Nee, wer ist denn jetzt blau? Ich bin blau. Okay. Mach doch jetzt an. Er ist an dir vorbeigegangen, ne? Ja, ja, ja. Genau, und du hast mich noch in den Reaktor gesehen. Irgendwer war vor mir. Das war irgendwas Helles. Ich habe Jerry angestarrt. Aber da warst du das? Hast du den gekillt? Nein. Nee, er kam mir gerade am Ende entgegen. Das war zwischen uns beiden, Sven. Nein, er war hinter Sven und Sven hat mich angeguckt die ganze Zeit. Äh? Wen habe ich denn... Blicke ich jetzt gar nichts mehr? Ich blicke nichts mehr. Null. Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir sowas von 100%ig sicher, dass die Person, die sich gerade vor mir umgedreht hat, zwischen mir und Dizzy war ein... einer von euch. Und ich weiß nicht mehr, wer entfuckend Upper Angel war und der hat ihn gekillt. Ich war unten im Reaktor und habe da die Hand draufgelegt. Dizzy oder du haben oben drauf. Ich glaube sogar du. Und dann hat Dizzy reingekommen und Sven kam ganz als letztes. Alter, verarschst du mich jetzt? Merkst du dich oder was? Ich bin Gabe, das weißt du, oder? Ja, Mann, ihr seht halt super ähnlich jetzt aus. What the fuck? Hallo? Irgendwer ist vor mir gelaufen, hat sich umgedreht und hat ihn gequillt. Wir müssen voten. Vor meinen fucking Augen. Voten. Ja, das ist schon durch. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, ich vote. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, okay. Alter, als ob wir... Ich habe keine Ahnung. Oder alle rennen jetzt vor Jay weg und machen die Tast. Tast, Mann. Eigentlich eine Tast. Jay, du musst hinterher. Jay, eine Tast. Oh, Gott. Mann. Alter, Jay. Jay, das wissen wir alles. Ich hab doch gesagt, wenn ich jetzt fliege, muss Jay mich gebootet haben, du hast doch geskippt, du wusstest es doch. Ich war komplett verwirrt, Alter. Ich hab Sepp als erstes, glaub ich, gekillt und ich wusste nicht, wie man killt, hab so oft geklickt, dass ich direkt reported hab. Das ist mir auch passiert. Und als ich hier Ray gekillt hab, weißt du, war echt schön, dass du da irgendwer dann so, Maxi war das, ja, ja, Maxi war das, genau. Ich dachte so, das gibt's nicht, weißt du, da stehen alle gefühlt rum, auf einmal, du bist getötet worden, so. Das erste, was Maxi sagt, ist, das kann nicht Chris sein, Chris tötet nicht so dumm. Das ist das Erste, was Maxi gesagt hat. Ja, ja, ich dachte mir, in dem ganzen Pult, da waren so viele Leute, ich dachte mir einfach, komm, das krieg ich doch irgendwie. Ich hab's noch gesagt. Und ich dachte, ich nehm Dalu-Card direkt, die Hanu-Card direkt vom Tisch, aber ich hab Kalle direkt gekillt. Ich dachte, das wär Dalu, der sich da in der Ecke versteht. Ich ärgere mich so sehr, weil ich ja die erste Leiche im Security gefunden hab und Jay der Einzige war, der da war. Und ich hatte diesen Hint, aber ich hab das nicht verfolgt. Ich hab dich von oben beobachtet, ich hab aus dem Vent geguckt. Ja, ich weiß, ich ärgere mich so sehr, weil ich hab das halt nicht, die Spur nicht weiter verfolgt. Großes Uff. Was ne lustige Runde, ey. Ich brauchst in 3D. Hey du, schön, dass du die Mongas 3D-Folgen geguckt hast. Die waren schon ziemlich juicy, moist and tender, oder? Also, 12 von 10 spielerisch, oder? Was sagt ihr, 12 von 10 auf der Skala von 1 bis 10? Schon, oder? Dankeschön fürs Zugucken. Freunde der Sonne. Unten ist die Box. Kommentare sind gern gesehen. Positiv, als auch negativ. Oder einfach nur ein dekadentes Hallo für den Cutter. Däumchen hoch, Däumchen runter. Abonnieren wär geil. Das Glöckchen wär geil. Ihr seid geil. Das hier ist geil. Hau doch rein. Lasst euch gut gehen. Bleib gesund und halt die Ohren scheiße. Tschüss. Stränd sich gut du schon havenjèm. Ja, Circa. Figuren WHATE can. WНАE במ�at supplerst. Du bist da, vergilumosti, oder? Wassgestellt Arpt. Was haben Pause. Dem Matsch.